Ich bin der Luis. Mein Name ist Andrea Facolotti. Die ersten dritten hab ich sehr günstig gekriegt. Ich hab mal einen Kollegen besorgt, der hat in einem Altersheim gearbeitet. Na forte mir beim Puzzeln mit der Zunge ins Maul. Geh halt auch, du möchtest gerne einen Schicke Mecke. Aber gut, ich mach gleich rein, fliege. Ich bin der Luis.